Oh, er hat einen Mobshund hier liegen. Entweder ist dieser Mobshund sehr klein, damit er einem Zwerg angemessen groß entspricht, oder aber die Zwerge sind sehr groß. Was brauche ich denn? Oh, Sinterellas Kutsche! Die Körbeskutsche! Aber ich brauche auf jeden Fall offene Schatollen und solche Dinge. Brauche ich die Feen? Nein, aber ich brauche ein Hot Hü Hü. Aber brauche ich die hier auch? Ja, das hier, eine Zendrohr, das da. Ich glaube, Randy quatscht im Hintergrund nur, weil ich rede und er das nicht gewohnt ist, dass ich rede. Ich habe Artifacts von all over the world. Ja, sogar Objekte, die von diesen schuldigen Centauren gemacht haben. Das freut mich für dich gut, Herr Mann. Warte, die Haxe habe ich doch gesehen. Ich spiele auch jetzt nicht allzu lange. Ich will noch nicht so sehr in Verzug geraten, weil ich jetzt doch schon eine Weile lang nicht zum Aufnehmen gekommen bin. Und wir jetzt doch schon Anfang Dezember haben. Und dass man zwei Monate vorlaufend nach einer geworden ist, weil er zusammengeschrumpft ist. Und das muss ich schleunigst ausgleichen und aufholen. Ich brauche die hier. Äh, ich brauche nicht die hier. Ich brauche die hier. Jetzt brauche ich noch Kelch, der so aussieht. Das ist der hier, ne? Ja. Hier willkommen die Spieldose. Das heißt, mit der spiele ich den Maulwurf was vor, dann beruhigt er sich und ich kann ihm danach die Brille aufsetzen. Geht's dir jetzt besser? Ich nehme ihm erstmal... Was? Oh. Ja, ja. Ist klar. Kann ich die auch miteinander tauschen? Was ist denn mit dir? Du bist ein einzelnes Gedönse, ne? Ja. Das sieht besser aus, aber noch nicht ganz richtig. Äh, fast. Beinahe. Jetzt mache ich es schlimmer, ne? Jetzt mache ich es schlimmer. Ich hätte das gerne so. Okay, er hat sich beruhigt. Ich habe einen Maulwurfborsten. Was mache ich damit? Kann ich jetzt hier... Verdorrt. Brennt sicher gut. Mein laufendes Feuerzeug kommt bitte einmal her. Okay. Er ist verwundet. Ich habe nur einen Verband, aber ich habe keine Seilbahn. Du bist ein eigenes Kind, Lassie. Ich bin sicher, dass der König dich liebte, zu treffen. Hier, ziehe meinen Pass. Ich mache sicher, dass du willkommen bist. Okay, ich darf jetzt hoch... Ich darf jetzt zum König vortreten und der Maulwurf hat sich hier wegbewegt. Das heißt, das Wasser müsste wieder fließen. Jawohl. Oh Gott, sie kommen alle angelaufen. Seid mir gefälligst dankbar. Okay, jetzt war hier, da. Nimm meinen Pass. Ja, doch. Ich bin schließlich eine Prinzessin. Den sollte ich vielleicht besser nicht sagen, dass ich mit den Centauchen schon zusammengearbeitet habe. Ich bin sicher, dass sie dich liebte. Ich bin sicher, dass sie dich liebte, um dich zu treffen. Bitte, bemerkbar. Die Centaurier-Magie ist schrecklich. Natürlich. Mein Name ist Prinz Jelel. Ich bin King Biran's Son. Wir Dwarfen und Centauren haben seit Jahren in Krieg gearbeitet. Dieser Krieg hat uns viele Leben gekostet. Aber ich glaube, dass die Centauren nichts mit diesem Verhalten zu tun haben. Ich glaube, dass die Antworten liegen in den Minden. Lass mich dich anwenden. Mein ferventen Wille ist, ein Ende zu dieser schrecklichen Krieg zu setzen. Nein, ich habe einfach nur Wasser zum Fließen gebracht. Ist auch okay. Ah, da ist die Königin. Die Königin der Zwerge ist vor Jahren gestorben, aber die Zwerge trauen immer noch um sie. Zwerge schienen die Centauren abgrundtief zu hassen. Scheinen sie zu hassen. Das Bild ist zerrissen. Warum haben sie sie überhaupt noch hier hängen und nicht längst abgehängt? Das ist die Königin. Ich klaue der Statue einfach den Vorschlaghammer vor den Augen ihres Mannes. Das ist nicht nett von mir. Also gut, da muss was rein. Ich habe immer noch dieses Riemen rein und ich habe noch die Maulwurfsfellbüschelborsten. Da kommt eine Blume und ein Prisma. Ich habe jetzt so das hier. Das hilft mir leider nicht. Und ich habe einen Stopfen und eine Vorschlaghammer. Was ist da? Ein Metalldetektor? Was sind Klaue ich mir hier alles zusammen schon wieder? Wo sind die Minen? Nochmal Hilfe. Sag mir bitte doch nochmal wo die Minen sind. Da. Hier ist das Minenlager. Hier sind wir. Einige unverfassenden Minenlager-Erkrankungen haben hier einige Wochen vorgehalten und Minenlager-Operationen haben geschlossen. Erstens. Ich komme zu dem Grund. Ich komme zu dem Grund. Ich komme zu dem Grund. Ich habe einen Metalldetektor. Der hilft mir unglaublich viel. Also hier kommen wir hoffentlich weiter. Ich muss mir das hier trotzdem mal anschauen. Keine Borsten. Da kann ich die Maulwurstborsten hin tackern. Jetzt habe ich die hier. Metallreste. Da. Hammer, Sieben, Metall, Schienen. Das ist praktisch alles, was rot leuchtet. Ist das ganz, ganz nett gemacht. Blöde Frage, aber wenn ich sehe ich die auch so. Theoretisch sehe ich das auch so. Okay. Ich habe ein Schienenstück zusammen gebastelt. Wir brauchen etwas, um sie daraus zu stimmen. Ich habe eine Achse, aber da kann ich eine Vorschlaghammer nehmen. Nee. Alles nicht stabil genug hier. Okay, wir gehen mal hier durch. Das ist ja jetzt eine neue. Gib mir erstmal das hier. Was brauche ich dafür? Wenn ich die Schienen repariere, ist der Weg zum Mond. Okay, deshalb habe ich mir jetzt eine Schiene zusammen gebastelt. Die Räder sind alle da und intakt, aber eine der Achsen fehlt. Na, das ist das geringste Problem. Warte, ich habe doch den Hebel. Lohreneinsatz und ein Griff. Also den Lohreneinsatz, den muss ich noch organisieren. Da ist noch eine Fiole. Die Schienen sind blockiert. Ich könnte den Weg mit den Kanonen freischießen. Okay. Wir wissen, was zu tun ist. Äh, Haar, die müssen da unten rein, stimmt. Wie praktisch, dass ich blau und gelb und grisch hatte, um daraus grün zu machen. Schießpulver und etwas, um das Loch am hinteren Ende zu verschließen. Das hier? Ein Propellerstück. Und jetzt muss ich hier den Schienenersatz rein klöppeln. Und dann mit dem Vorschlaghammer begradigen. Erst erhitzen. Doch, gut, danke. Äh, das ist ein Wunderhammer. Entschuldigung. Also gut, gib mir das da. Was habe ich da jetzt gekauft? Äh, gefunden. Schmierflüssigkeit und eine Zwergenplackkette. Ich habe aber das Ding jetzt nicht mehr. Was fehlt denn hier? Linken Seite fehlt die Abdeckung. Ich habe nur die hier, aber die passt hier ja nicht rein. Was habe ich da? Eine rote Lösung. Ich habe hier schon wieder Dinge, von denen ich nicht weiß, wofür sie gut sein sollen. Schmierflüssigkeit. Und dann rutscht sie besser. Ja, jetzt kann ich sie mitnehmen. Und da ist ein Buch, in dem was genau steht. Was? Ein... Der Gang zum Mond, Silbererz. Irgendwie so. Die Sachen lassen mich ja alle auch nicht auslesen, ne? Muss ich alles benutzen oder darf ich, äh... Darf ich mir da so zurechtbiegen, wie ich es brauche? Hoffentlich. Weil das hier passt voll nicht hier ran, aber naja, geht ja nur hier runter. Und noch mal. Und noch mal. Und noch mal. Und noch mal. So. Wir kommen zumindest hier durch. Und wir sind auf dem Wege. Wie es war. Mache den vom Golem versperrten Weg frei. Neue Aufgabe. Wir haben hier so eine tolle Drillmaschine. Das muss doch damit irgendwie gehen. Ich brauche aber noch eine Walze dafür. Wieder mal. Wie konnte es denn noch anders sein? Da fehlt eine Art Zahnrad. Da fehlt eine Art Rohr. Da fehlen immer alle Dinge. Der Durchgang ist versperrt. Ich kann vielleicht den Buche nutzen, um den Weg freizumachen. Ich wollte mir eigentlich das hier alles ansehen. Das Herz, der Kopf und der Tank des Golems fehlen. Ich habe zumindest sein Auge. Der Bogen. Aber wo sind die Pfeile? Ja, ist doch erstmal egal. Nimm den Bogen doch erstmal mit. Überall ist Staub. Wo kommt der her? Ich habe einen Propeller, aber... Kann ich den da ran basteln? Ja, 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 ja. Okay, das sieht schon mal besser aus. Schleifmaschine. Sieht aus wie ein Gesicht. Ein Teil der Zähne fehlt, aber das ist nicht alles. Ja, da fehlt wahrscheinlich noch sehr viel mehr. Kann ich das ersetzen? Hier oben fehlen noch Dinge. Was genau fehlt denn da, abgesehen von der Abdeckung? Ich habe Garn. Kann ich Dinge mit zusammenbinden? Pfeile ohne Väter und das ist der Riese, den wir abgeschossen haben. Unter seiner Hand ist etwas eingeklemmt. Ich brauche etwas, um sie anzuheben. Ich habe nur meinen Vorschlaghammer, das wird nicht reichen mit Hebelwirkung. Die Pfeile kann ich jetzt auch nicht... Pfeile ohne Federn. Naja, ich habe ja Federn, aber die kann ich wahrscheinlich immer noch nicht... Doch, die kann ich tatsächlich rausziehen. Kann ich in seinem... nein, in seinem Gesicht muss ich zum Glück nichts machen. Es geht noch weiter. Die Höhle ist echt riesig. Ein Auge fehlt. Jetzt nicht mehr. Noch mehr ungeschliffene Diamanten. Ich werde mir niemals alles merken können an der Nählnadel. Treibstoff reicht nicht. Da fehlt rot. Golem-Treibstoff. Eine Art gefärbte Flüssigkeit. Naja, wie ich die Flüssigkeit aus der Flasche bekomme. Mit... Pumpen? Oder aber mit der Flasche zuschlagen. Eins an beidem. Was mache ich denn nur damit... Äh... Ich habe jetzt zwar den Treibstoff, aber... Angeschliffene Luftsteine. Ein Bohrerteil. Also das Bohrerteil, ja. Wissen wir ja, was wir damit machen sollen. Ich gehe mal hier hoch. Das Herz des Golems hat vier runde Vertiefungen für Edelsteine. Ich muss die vier Steine in die entsprechende Form einsetzen. Okay, das fehlt noch dem... Äh... Dem, dem, dem... Schleifkopf da. Ah, ich habe ein Rohr. Vorzüglich. Wenn ich die Steine geschliffen habe, kann ich sie hiermit in Form bringen, damit sie in das Golemherz passen. Die erkennt ihr auch immer sofort mit einem Blick, was sie hier alles machen kann, ne? Tank des Golems, aber er ist leer. Ja, ja, ich muss das Zeug halt... Ausgießer, kommt das da rein? Oder dahin? Nee. Und da muss ich nochmal ran. Ah, ich gehe jetzt erstmal zurück und... Es setzt das Teil hier ein, ne? Und das Rohr. All I had to eat was Korn, Korn, Korn. Naja, immerhin. Er hatte Nahrung. Korn, Korn, Korn. Also Mais, Mais und noch viel mehr Mais. Jetzt darf ich hier hin. Der Riemen ist zerrissen und ein kleines Rad fehlt. Also das Rad, das haben wir ja. Endlich. Kann ich den Riemen zusammenflicken? Ich habe jetzt zumindest mal die vier Edelsteine, die ich brauche, ne? Wo geht's denn jetzt schon wieder hier hin? Oh. Wow. Der Teil ist sehr viel länger und umfangreicher, als ich in Erinnerung hatte, muss ich gestehen. Kommt irgendwas Rundes rein? Das brauche ich noch nicht. Kommt das hier hin? Scheinbar kommt das alles irgendwie hier rein, ne? Jetzt fehlt natürlich noch das letzte Teil und das letzte ist immer das, dass keiner sieht. Also das ich vorzugsweise nicht sehe. Ist das hier? Nein, da war ich schon. Wie sieht das denn aus? Wie ein Torbogen mit zu kleinem Tor. Okay. Ein Torbogen mit zu kleinem Tor. Ich dachte wirklich, das wäre das hier, aber... Da lag ich falsch. Das da? Ja. Wunderbar. Wir bekommen die Abdeckung jetzt. Was ist denn hier nochmal? Ach ja, die Pfeile für den Bogen. Ja, ja, ja. Langsam. Kann ich dir den Kopf aufsetzen? Ja. Jetzt brauchst du noch dein Herz. Der gute Herr hier möchte seine Abdeckung zurück. Kann ich die ungeschliffenen Steine hier reinwerfen? Alle auf einmal. Der schleift die Wunde ja schön. Zweimal draufbeißen. Ich bin beeindruckt. So, die hier muss ich jetzt in Form pressen. Sie fügt sie auch schon automatisch ein. Ich bin stolz auf unsere Prinzessin. Königin. Entschuldigung. Wir sind ja mittlerweile Königin. Unsere Eltern machen ja nie wieder auf. Zumindest nicht so lange Dreadmire noch existiert. Jetzt habe ich das Golem-Herz. Wie war das hier? Ist der Tank, der noch leer ist. Auch das ist ja noch nicht so lange Dreadmire noch nicht. Drei mal wieder auf deinen Zitze. Ungefähr dieses Bogen. Was der Tag des Rietmowskates zum Beispiel? Alles klar, dass du deinen Zitze hast. Fürs und Drei mal wieder aufhören. Untertitelung des ZDF, 2020